So, hi Leute, wir sind jetzt auf dem Louis Bay Festival und hier ist schon den ganzen Tag, hier samstags, der Markt der Möglichkeiten, Markt der Begebreiten. Wie heißt es? Keine Ahnung. Begegnungen. Begegnungen, genau. Danke liebe Kollegen hinter der Kamera. Auf jeden Fall ist hier ganz viel los, ganz viele Stände, ganz viele Einrichtungen. Ja und soviel ich, wir gehen jetzt mal hier durch und schauen, was uns hier schon ist, erwartet. Also, viel Spaß. Das ist eine Taktiktapel im Blindenfußball, wie im sehenden Fußball. Ich erkläre zum Beispiel, das ist eine Defensivformation im Blindenfußball, die Raute. Und dann erkläre ich den Spielern, wenn die gegnerische Mannschaft über diese Seite angreift, müssen sich diese beiden zusammenschieben, um den Diagonalpass zu verhindern. Und wenn man das dann erklärt hat an der Taktiktapel, geht man raus aus Trainingsfeld, wie im normalen Fußball auch, und guckt, was hängen geblieben ist und was nicht. Und arbeitet daran, dass man den Spielern Handlungsmöglichkeiten auf den Spielfeld da bietet. Ich habe dringend Urlaub nötig. Und jetzt zeige ich euch mal, wo es hingeht. Ja, wir haben hier ein rotiles Modell vom Timmendorfer Strand. Das ist das Aura Hotel Timmendorfer Strand. Ich habe auch gestern geerntet, ganz frisch den Sand vom Timmendorfer Strand, direkt von Aussee. Und wir haben hier unsere Angebote zu legen. Für junge Leute bieten wir zum Beispiel an Reitenküppel, wir bieten an Europa, wir haben Selbstverteidigungsgruppe, wir haben das Thema große, alte Welt, wo wir mit den Gästen segeln gehen. Und letztes Jahr haben wir Bürofliegen gemacht zum Beispiel. Es gibt, sagen wir mal, so Programme, wo wir mal zu Befunden reingehen. Und einfach mal bei uns auf die Inlandsseite gehen, www.rokerhotel-timmendorfer.org. Da haben wir auch unsere Programme mal, oder einfach mal anrufen. Wir schicken auch die Programme als Desi-CW zu oder eben in Schlagschrift oder auch als Funktion. Abgesehen davon, Timmendorfer Strand ist auch für junge Leute was, artigmäßig was. Und ich kann es Ihnen allen empfehlen, einfach mal vorbeischauen. Und die baltische Luft, den Ostseewind, den Strand, die Bahn, das war zu groß. Ich denke, wir sind. Alles klar. Dankeschön. Danke. Wie findest du denn das Festival bisher? Super, sehr schön. Vor allem das Abend im Disco, die war sehr spektakulär. Das ist freundlich. Und sonst, was war das Beste bisher? Ähm, da gibt es eigentlich nichts. Das passt nicht. Doch, der Demi ist heute im Publikum. Ja, selbstverständlich. Ja, doch, Entschuldigung, das muss sein, ja. Freundlich mit unserem Lieblingsvertreter für Bieden. Eben.